Wir sind das FZI Forschungszentrum Informatik, eine unabhängige und gemeinnützige Stiftung. Seit über 35 Jahren betreiben wir Spitzenforschung im Bereich der angewandten Informatik. In unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen entwickeln wir Innovationen und zwar ausschließlich zum Wohle der Gesellschaft. Hierfür arbeiten wir mit Partnern aus der Industrie, Wirtschaft, Wissenschaft und öffentlichen Einrichtungen als Forschungs-, Ausbildungs- und Transfereinrichtungen. Aus unserer Forschung entstehen Konzepte und Prototypen, die als Grundlage für das Lösen von Problemen von heute und morgen dienen. Hierzu forschen wir unter anderem in den Bereichen der Mobilität, zum Beispiel mit teils vollständig selbstfahrenden Fahrzeugen sowie Mobilitäts- und Transportkonzepten. An Robotern der nächsten Generation, die für Routineaufgaben in der Produktion oder in für Lebewesen gefährliche Bereiche eingesetzt werden können. Wir forschen an Grundlagen für den Einsatz von erneuerbaren Energien und der zukünftigen Energieversorgung, um nachhaltige Smart Cities für die Zukunft zu entwickeln. Wir erproben den Einsatz von Pflegerobotern oder Blockchain-Technologie, um das Gesundheitssystem für die Zukunft zu rüsten und nutzen KI, um Krankheiten wie Krebs rechtzeitig zu diagnostizieren. Ebenso ist es unsere Aufgabe, die Digitalisierung im öffentlichen Leben mitzugestalten, um Lücken in den Bereichen Bildung, Forschung und Verwaltung zu schließen und die Demokratie zu stärken. Wir erkennen die Gefahren und Schwachstellen modernen digitaler Produkte durch Cybercrime und entwickeln Lösungen für die Gesellschaft und Unternehmen. Kurz, wir gestalten mit unserer Forschung die Zukunft.